Links auf Schlau. Das ist ja noch ein Stück Schnellstraße hier, ne? Das ist natürlich nicht mehr. Ach, das ist nicht mehr. Nee, wo? Ja. Einmal auf den Schlau. Links auf Schlau. Prilon, äh, 30 Kilometer nach Winterberg. Ja, da. Vermeinde, oder? Vermeinde. Vermeinde. Das ist, glaube ich, das verlängere Stück vom Westweg. Ja. Trödelmarkt haben wir hier. Im Prilon ist der Trödelmarkt. Ja. Ja, schön. Ja, schön. Ja. Ja. Schnapplichten gibt ja auch nicht. 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 Es sieht wieder raus. Schnapplichten gibt ja auch nicht. 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 Das ist doch ein Timer wieder. Da ist die große Brücke. Das ist ja schon immer so. 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 Oh, Radfahrer, die trauen sich auch was. Das ist nicht leicht hier. Nee, das glaube ich auch. Oh, Radfahrer. Oh, Radfahrer, die trauen sich auch. 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 Sieht aus wie Weinberge gerade aus. Ja, ich denke, das sind es auch. Das ist so ein Zusammenhang, der sich das bestimmt. Das sieht ja schön aus mit den Bergen. Ja, ich denke, das ist auch. 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 Ja, ich denke, das ist auch schön. Ja, ich denke, das ist auch schön. Auch mit den Bäumen hier so, denn da zu schattig so. Das ist schon genau. Ja. Ja, ich denke, das ist auch schön. Ja, ich denke, das ist auch schön. Ich denke, das sind auch schön. Ja, ich denke, das ist auch schön. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020